Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Winnie Pooh, Blood and Honey. In diesem Film geht es um Christopher Robin, der gespielt spielt von Nicolai Leon und genauso wie er und die anderen Schauspieler sind noch in keiner größeren Rolle vertreten, deswegen spare ich mir zu sagen, wo sie bisher überall aufgelaufen sind. Er geht mit seiner neuen Freundin Jess, gespielt von Natasha Rose Miles, für den 300 Morgenwald, denn er möchte gucken, was aus Winnie Pooh, EA und den anderen geworden ist. Ja, er sucht und sucht mit seiner Freundin und kommt tatsächlich dann an einem Ort, wo sie halt früher gewesen sind und er sieht, dass dort alles irgendwie anders ist. Und auch seine Freundin Jess, der kommt das alles irgendwie gar nicht mehr so nice und nett und freundlich vor. Ja, und er trifft Winnie Pooh, aber irgendwie scheint das nicht mehr der Winnie Pooh zu sein, den Christopher Robin damals verlassen hat. Und ja, die beiden sind auch nicht wirklich gut auf Christopher Robin zu sprechen, denn sie haben mittlerweile einen Hass gegen ihn. Und ja, sie sind wirklich nicht mehr die, die sie mal waren und ja, machen halt ein bisschen Kavall, was man da so mal so sagen könnte. Ja, ihr merkt schon, der Film ist, ähm, ja, schwer zu umschreiben. Und abgesehen davon ist der Film eine absolute Vollkatastrophe, in meinen Augen. Eine absolute Vollkatastrophe. Das fängt mit den Masken an. Ich weiß nicht, aus welchen Headplay-Sex-Shops diese Masken da ausgegraben haben. Aber ich glaube, ich habe Horrorfilme in den 80ern gesehen, die weitaus bessere Masken gehabt haben. Und, ähm, ich frage mich, was als nächstes kommt. Kommt als nächstes ein Horrorfilm von den Glücksbärchis? Ich habe bisher im Internet noch nichts gefunden, aber der Brummbärchi, der wäre da schon präsentiert für. Ne, ja, mal ganz im Ernst, also, dieser Film ist wirklich absoluter Müll. Also, ich habe mir den im Kino angeguckt und habe mir nur gedacht, alter Vater, ey. Das ist der bisher wirklich schlechteste Film, was Story angeht. Der schlechteste Film, was Kostüme angeht. Und echt, also, ich mache es auch wirklich heute ganz kurz. Ich werde auch ja noch nicht mal meinen Shop einblinden, denn ich weigere mich, so einen Film überhaupt zu bewerten. Also, ich werde diesem Film nicht einen Totenkopf geben, weil ich finde diesen Film einfach nur dumm, bescheuert. Und, ich weiß nicht, ey, wer sich auf so eine bescheuerte, wer sich auf so eine bescheuerte Idee gekommen ist. Also, ich dachte erst so, ja, man könnte vielleicht wenigstens noch darüber lachen oder so, aber, ne. Der Film ist weder zum Lachen, der Film ist eher so wie ein Unfall. Weil, du kannst, du willst nicht hingucken, aber du kannst irgendwie auch nicht weggucken. Der Film ist echt wie ein Unfall. Und von daher, ne. Also, wenn ihr euch wirklich mal einen wirklich richtig schlechten Film ansehen wollt, dann schaut den euch im Stream an. Irgendwo, wo er demnächst aufschlagen wird. Aber, ich habe mich auch gewundert, dass so viele Leute ins Kino gegangen sind. Und ich habe keinen irgendwie gesehen, der da zufrieden rausgekommen ist. Ich habe nur Leute gesehen, die wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Also, ne. Ein Satz mit X, der Film, der ist nix. Da braucht man auch wirklich nicht irgendwie, irgendwie das im Internet zu hypen oder so, wie das vielleicht schon vorgekommen ist. Also, ne. Also, für meinen Dafürhalten, mehr werde ich zu diesem Film jetzt auch wirklich nicht mehr sagen. Der Film ist absolut unnötig. Blöd. Und, ähm, hat nichts, was mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise abgeholt hat. Damit beende ich die Filmbewertung für heute. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Vielen Dank.